Musik In meinem neuen Roman 28 Tage lang geht es um die 16-jährige Mira. Die kämpft 1943 im Warschauer Ghetto mit ihrer Familie ums Überleben. Und sie schließt sich einer Gruppe junger Leute an, die etwas ganz Ungeheuerliches planen, nämlich einen Aufstand gegen die SS. Und dieser ungleiche Kampf, der dauert viel, viel länger an, als alle es je für möglich gehalten hätten. Ganze 28 Tage. Das sind 28 Tage, in denen Mira das Schlechteste erlebt, wozu Menschen fähig sind, aber auch das Beste. Es sind 28 Tage, in denen sich entscheiden muss, wem ihr Herz gehört, dem Widerstandskämpfer Amos oder dem Pazifisten Daniel. Und es sind 28 Tage, in denen Mira für sich die Frage beantworten muss, Was für ein Mensch will ich sein? Ich habe bisher lustige Bücher geschrieben und das mache ich unheimlich gerne. Das macht unheimlich viel Spaß. Aber Mensch ist ja nicht nur eine Seite. Man hat ja viele Facetten. Und diese Geschichte, die ich jetzt geschrieben habe, die wollte ich schon seit über 20 Jahren schreiben und hatte das Gefühl, das ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, sie zu Papier zu bringen. Meine Großeltern sind im Holocaust gestorben. Mein Großvater ist im Buchenwald zu Tode gekommen und meine Großmutter ist im Ghetto von Lodz gestorben. Über das Thema wurde kaum zu Hause geredet. Also mein Vater hat mir nur erzählt, wie er den Nationalsozialisten entkommen ist. Das war 1938 in Wien. Da wurde er verhaftet, war in einer Zelle und stand vorne. Und ein Polizist, der hatte keine Hakenkreuzbinde an, hat dann gesagt, ein paar von euch können raus. Und er stand vorne, die Tür wurde geöffnet und dann konnte er fliehen. Er hat sonst fast gar nichts über den Holocaust erzählt. Das Thema hat unbewusst in meinem Leben eine Rolle gespielt. Wenn man in einer traumatisierten Familie groß wird und mein Vater war durch den Holocaust traumatisiert, dann beeinflusst einen das natürlich. Also ich war sozusagen für ihn das Licht, die Hoffnung nach der Dunkelheit. Und das verpflichtet einen ein bisschen. Also ich wollte meinen Vater auch immer irgendwie stolz machen. Das Warschauer Ghetto und die Zeit des Aufstandes sind wahnsinnig gut dokumentiert. Also es gibt unglaublich viele Erinnerungen von Kämpfern, von Überlebenden. Was mich bei der Recherche am meisten beeindruckt hat, war, wozu Menschen im Guten auch fähig sind. Also ich nenne mal ein Beispiel. Janusz Korczak war der Leiter des Waisenheims. Und der hätte sein Leben selbst retten können. Aber er ist mit seinen 200 Waisenkindern in die Züge zu den Konzentrationslagern gegangen, um die nicht alleine zu lassen, die Kinder. Also das hat mich schon fasziniert. Es gibt so viel menschliche Größe in all diesem Elend. Das ist sicherlich das Beeindruckendste. Und ich hoffe, dass das in dem Buch auch rüberkommt. Ich bin auch auf viele Liebesgeschichten gestoßen. Geschichten, die natürlich eine ganz andere Dringlichkeit und Dramatik haben als andere Liebesgeschichten. Und auf die habe ich die Geschichte von Mira basiert. Das Schreiben von diesem Buch war intensiv. Es war so, als ob dieses Buch geschrieben werden wollte. Ich habe die Figuren vor mir gesehen, ich habe es gespürt und habe es einfach nur aufgeschrieben, was von meinem geistigen Auge halt war. Und ich hoffe, dass es den Menschen einfach so viel bedeutet wie mir. Und ich hoffe, dass es den Menschen einfach so viel bedeutet wie mir.